Musik Mutige Menschen Trotz des aktuellen weltweiten Drucks im Außen gibt es viele Menschen, die Zuversicht, Hoffnung und Liebe verbreiten und die dadurch andere unterstützen können. Menschen, die an ganz verschiedenen Orten das Licht halten. Jeder Mensch, der so etwas tut, ist ein sehr mutiger Mensch. Das dürfen wir uns bewusst machen, auch wenn wir uns vielleicht gar nicht mutig fühlen. Menschen, die andere inspirieren, wurden als Kanal auf die Erde geschickt, sodass die göttlichen Ebenen, die ihr vergessen habt, eine Möglichkeit erhalten, wieder in eure Wahrnehmung zu kommen, damit auch ihr euch wieder daran erinnern könnt, dass ihr den göttlichen Funken in euch tragt. Wenn man weiß, wie viele Dinge während der ganzen Menschheitsgeschichte verdreht und dadurch vergessen wurden, versteht man, dass die Menschen jetzt eine Anschubhilfe brauchen, damit sie wieder an alles erinnert werden, was sie vergessen haben. Manchmal sieht es vielleicht so aus, als würden all die vielen Bemühungen nicht viel bewirken, als würde auf der physischen Ebene alles schlimmer werden. Doch all jene Menschen, welche das Licht halten, sind der Anker für eine schöne Zukunft. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020